Unterwegs zu einer Wissenschaft des Bewusstseins Um das Bewusstsein vollständig zu erforschen, bedarf es einer Methode, die nicht nur die neurologischen und biochemischen Prozesse beschreibt, sondern auch die subjektive Erfahrung des mentalen Geschehens. Selbst wenn Neurowissenschaften und Verhaltenspsychologie zusammenarbeiten, werfen sie nicht genügend Licht auf die subjektive Erfahrung, da beide Disziplinen überwiegend von der objektiven Perspektive der dritten Person ausgehen. Demgegenüber haben alle kontemplativen Traditionen im Laufe ihrer Geschichte die subjektive Erforschung der Natur und Funktionsweise des Bewusstseins aus der Sicht der ersten Person betont, indem sie den Geist in einer sorgfältigen Weise darin übten, seine eigenen inneren Zustände zu betrachten. In dieser Art von Untersuchung sind der Betrachter, das Objekt und die Mittel der Betrachtung Aspekte des selben Sachverhalts, nämlich des Bewusstseins eines individuellen Experimentierenden. Diese Art des Geistestrainings bezeichnet der Buddhismus als Bhavana, ein Begriff, der im Deutschen meist mit Meditation übersetzt wird. Im ursprünglichen Ausdruck aus dem Sanskrit klingt die Vorstellung von Pflege, im Sinne der Pflege einer Gewohnheit an, während der tibetische Begriff Gom die wörtliche Bedeutung von vertraut werden hat. Es handelt sich also um eine disziplinierte Geistespraxis, in der man die Vertrautheit mit einem bestimmten Gegenstand pflegt, der sowohl ein äußeres Objekt als auch eine innere Erfahrung sein kann. Immer wieder werden Meditationen als ein Leerwerden des Geistes aufgefasst oder als eine Entspannungstechnik, doch darum geht es mir hier nicht. Die Praxis des Gom fährt zu keinen mysteriösen oder gar mystischen Zuständen, die nur wenigen talentierten Einzelpersonen vorbehalten wären. Es geht dabei auch nicht um ein Nichtdenken oder die Abwesenheit mentaler Aktivität. GOM bezeichnet beides, ein Mittel oder ein Prozess, sowie einen Zustand, der aus diesem Prozess entstehen kann. Im Zusammenhang unserer Betrachtungen möchte ich GOM vor allem als Mittel beschreiben, als einen Prozess der präzisen, konzentrierten und disziplinierten Introspektion und Achtsamkeit, der uns tief in die Natur eines Gegenstandes der Betrachtung vordringen lässt. Aus wissenschaftlicher Sicht kann dieser Prozess mit einer präzisen, empirischen Beobachtung verglichen werden. Der Unterschied zwischen der Wissenschaft, so wie sie sich gegenwärtig begreift, und der buddhistischen Forschungstradition besteht in der Vorherrschaft der objektiven Perspektive aus der Sicht der dritten Person in der Wissenschaft und Anwendungen verfeinerter, introspektiver Methoden aus der Sicht der ersten Person in der buddhistischen Kontemplation. Ich bin davon überzeugt, dass uns die Verbindung beider Ansätze vollkommen neue Erkenntnisse in der wissenschaftlichen Erforschung des Bewusstseins vermitteln könnte. Mit der objektiven Methode lässt sich durchaus vieles erreichen. Die Kartierung des Gehirns hat durch immer leistungsstärkere Technologien große Fortschritte gemacht, sodass es möglich geworden ist, die physischen Entsprechungen unserer reichen inneren Erfahrungswelt detailliert zu beschreiben. Wir verstehen mittlerweile viele neuronale Verbindungen und biochemische Prozesse. Wir kennen die Hirnareale, die mit bestimmten mentalen Aktivitäten verbunden sind, sowie die zeitlichen Abläufe. Manchmal handelt es sich dabei nur um wenige Tausendstel von Sekunden, in denen das Gehirn auf externe Stimulation reagiert. Ich hatte das Vergnügen, dies alles mit eigenen Augen beobachten zu dürfen, als ich im Frühjahr 2001 das Labor von Richard Davidson an der University of Wisconsin in Madison besuchte. Sein Labor ist auf dem neuesten Stand und verfügt über die modernsten, bildgebenden Technologien und Instrumente zur Kartierung des Gehirns. Davidson hat eine aufregende Gruppe junger Mitarbeiter um sich versammelt. Eines seiner Projekte besteht aus einer Reihe von Experimenten, für die ich mich besonders interessiere, die er mit Meditierenden durchführt. Er zeigte mir seinen Arbeitsplatz und erklärte mir die Funktion der einzelnen Maschinen. Es gab einen Elektroenzephalograph, der die elektrische Aktivität des Gehirns aufzeichnet. Er sah aus wie eine Mütze, an der viele Sensoren befestigt waren. Offenbar zählt das mit 256 Sensoren bestückte Gerät weltweit zu den technisch ausgereiftesten. Außerdem gab es einen Magnetresonanztomograph, der so empfindlich ist, dass ein Mensch, der darin liegt, sich ganz still verhalten muss, während sein Gehirn abgebildet wird. Wie man mir sagte, beruht die Stärke des Elektroenzephalographen auf seiner Schnelligkeit. Erstaunlicherweise kann er Veränderungen im Gehirn innerhalb einer tausendstel Sekunde nachweisen. Der Magnetresonanztomograph ist in der Lage, das Areal einer bestimmten Gehirnaktivität millimetergenau aufzuzeigen. Am Tag vor meinem Besuch waren diese Instrumente in einem ausführlichen Experiment eingesetzt worden. Dabei hatte ein mir schon lange bekannter, erfahrener, meditierender eine Reihe von Meditationspraktiken ausgeführt. Davidson zeigte mir auf einem Computerbildschirm eine Reihe von Aufnahmen seines Gehirns, wobei verschiedene Farben auf bestimmte mentale Aktivitäten hinwiesen. Am Tag darauf nahm ich an einer Konferenz teil, auf der Davidson die vorläufigen Ergebnisse seiner Forschungen vorstellte. Der Psychologe Paul Eggman war ebenfalls anwesend und berichtete von den Resultaten seiner Arbeit mit vielen unterschiedlichen Menschengruppen, unter anderem auch mit Meditierenden. Wissenschaftliche Experimente mit Meditierenden nahmen mit Herbert Bensons Untersuchungen in Harvard in den 1980er Jahren ihren Anfang. Benson kontrollierte die physiologischen Veränderungen der Körpertemperatur und des Sauerstoffverbrauchs in Meditierenden, die sich in der Tummo-Praxis übten, bei der es unter anderem um die Erzeugung von Hitze an einem bestimmten Punkt des Körpers geht. Wie Benson hat auch Richard Davidsons Team Experimente mit Eremiten im Himalaya durchgeführt, unter anderem in den Bergen um Dharamsala. Da man für Experimente in den Bergen eine mobile Ausrüstung braucht, sind diese Forschungen nur eingeschränkt durchführbar, zumindest so lange, bis die mobile Technologie auf den neuesten Stand gebracht sein wird. Natürlich stellen uns Experimente an Menschen vor viele ethische Fragen, die von der wissenschaftlichen Gemeinschaft sehr ernst genommen werden. Für die Eremiten, die ein Leben in der Einsamkeit der Berge gewählt haben, sind derartige Untersuchungen ein grundlegender Eingriff in ihr Leben und ihre spirituelle Praxis. Deshalb ist es nicht besonders erstaunlich, dass viele von ihnen anfangs eher zurückhaltend waren. Die meisten konnten den Sinn der ganzen Sache einfach nicht erkennen, außer, dass damit das Interesse einiger merkwürdiger Männer befriedigt werden sollte, die mit Maschinen bepackt durch die Berge liefen. Ich war jedoch davon überzeugt und bin es immer noch, dass eine wissenschaftliche Untersuchung des Bewusstseins von Meditierenden sehr wichtig sein kann und unternahm daher alle Anstrengungen, die Eremiten dazu zu bewegen, den Experimenten zuzustimmen. Ich schlug ihnen vor, sich im Geiste des Altruismus an den Experimenten zu beteiligen. Falls die nützliche Wirkung der Sammlung des Bewusstseins und der Pflege heilsamer Geisteszustände wissenschaftlich nachgewiesen werden könnte, hätte dies möglicherweise förderliche Auswirkungen auf andere. Ich hoffe nur, dass ich nicht zu streng war. Einige Eremiten stimmten zu, hoffentlich überzeugt von meinen Argumenten, was ich mir wünsche, und nicht, weil sie sich der Autorität des Amtes des Dalai Lama unterwarfen. Solche Projekte können eine Seite unseres Bildes vom Bewusstsein beleuchten. Doch im Unterschied zur Erforschung dreidimensionaler materieller Objekte im Raum muss eine Untersuchung des Bewusstseins einschließlich der gesamten Skala mentaler Phänomene und subjektiver Erfahrungen zwei Seiten berücksichtigen. Eine ist die der Vorgänge im Gehirn und im Verhalten des Individuums, das sind die Domänen der Neurowissenschaften und der Verhaltenspsychologie. Die andere ist die der phänomenologischen Erfahrung der kognitiven, emotionalen und psychischen Prozesse selbst. Für diese zweite Ebene bedarf es einer Methode, die von der Perspektive der ersten Person ausgeht. Anders ausgedrückt, obwohl die Erfahrung des Glücks sicherlich mit gewissen chemischen Prozessen im Gehirn übereinstimmt, zum Beispiel mit der Serotoninausschüttung, kann uns auch eine noch so differenzierte biochemische oder neurobiologische Beschreibung nicht erklären, was Glück letztendlich ist. Ein Betrachter, der sein Bewusstsein verändern oder den Geist mit empirischen, introspektiven Mitteln ergründen will, benötigt eine große Auswahl an Mitteln, die er durch sorgsame Wiederholungen und Übungen verfeinert und präzise und diszipliniert anwendet. Diese Praktiken setzen die Fähigkeit voraus, die Aufmerksamkeit für eine gewisse Zeitspanne, wie kurz diese auch sein mag, auf ein ausgewähltes Objekt zu richten. Man kann davon ausgehen, dass der Geist durch stetige Gewöhnung lernt, die von ihm speziell eingesetzte Fähigkeit, sei es Aufmerksamkeit, logisches Denken oder Vorstellungskraft, immer mehr zu verbessern. Schließlich wird diese Aktivität durch die andauernde, regelmäßige Übung fast zu einer zweiten Natur. Hier ist die Parallele zu Sportlern oder Musikern besonders deutlich. Wir können diesen Prozess aber auch damit vergleichen, Schwimmen oder Fahrradfahren zu lernen. Anfangs ist es sehr schwer, fast unnatürlich, aber wenn man es gelernt hat, ist es plötzlich ganz einfach. Das grundlegende Geistestraining ist die Entwicklung von Achtsamkeit, besonders auf der Basis der Atembeobachtung. Achtsamkeit ist unerlässlich, wenn wir uns die Phänomene unseres Geistes und unserer direkten Umgebung deutlich bewusst machen wollen. Normalerweise ist unser Bewusstsein relativ unkonzentriert und unsere Gedanken bewegen sich in einer zufälligen und zerstreuten Weise von einem Objekt zum anderen. Indem wir Achtsamkeit entwickeln, lernen wir als erstes, uns dieses Prozesses der Zerstreutheit bewusst zu werden. Dann können wir unser Bewusstsein in einer sanften Weise so einstellen, dass wir es unabgelenkt auf die Objekte richten, auf die wir uns konzentrieren wollen. Traditionell gilt der Atem als ideales Instrument für das Üben von Achtsamkeit. Da wir ein Leben lang unbewusst und ohne uns darum bemühen zu müssen Atmen ist es von großem Vorteil, den Atem als Objekt der Achtsamkeitspraxis zu wählen, da er uns immer zur Verfügung steht. Fortgeschrittene Achtsamkeit drückt sich in einer ausgeprägten Sensibilität gegenüber allem aus, was in unserem Geist und unserer näheren Umgebung geschieht, so unbedeutend es auch erscheinen mag. Die Entwicklung und Anwendung von Aufmerksamkeit ist ein wichtiges Element der Achtsamkeitspraxis. Da viele Kinder, vor allem in den materiell wohlhabenden Ländern, heutzutage an Aufmerksamkeitsstörungen leiden, gibt es, wie man mir sagte, verstärkte Bemühungen, die Aufmerksamkeit und ihren Entstehungszusammenhang zu erforschen. Hier könnte der Buddhismus mit seiner langen Geschichte des Trainings der Aufmerksamkeit einen wichtigen Beitrag leisten. Ein gewisses Maß an Erfahrungen mit den beschriebenen Techniken des Geistestrainings oder auch mit anderen oder sogar deren systematische Einübung muss meiner Meinung nach zu einem festen Bestandteil der Ausbildung von Kognitionswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern werden, wenn die Wissenschaft ernsthaft darum bemüht sein will, breitgefächerte Methoden für eine umfassende Erforschung des Bewusstseins zu entwickeln. Gerade hier, glaube ich, können bewährte, kontemplative Traditionen wie der Buddhismus einen unschätzbaren Beitrag zur Bereicherung der Wissenschaft und ihrer Methoden leisten. Darüber hinaus gibt es sicherlich auch in der philosophischen Tradition des Westens reichhaltige Quellen, die der Wissenschaft dabei helfen können, Untersuchungsmethoden aus der Perspektive der ersten Person zu entwickeln. Vielleicht könnten wir so unseren Horizont erweitern, um zu einem besseren Verständnis des Bewusstseins zu gelangen, dieser zentralen Qualität der menschlichen Existenz. Sphärten 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 Untertitelung. BR 2018